Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Das Schweigen deines Liebespartners könnte dich verunsichern. Fische Es ist ganz natürlich, dass du dir Sorgen machst, wenn du seit einem Tag nichts mehr von ihm oder ihr gehört hast. Es ist jedoch wichtig, dass du die Situation objektiv betrachtest und keine voreiligen Schlüsse ziehst. Ziehe die Möglichkeit in Betracht, dass dein Partner oder deine Partnerin mit eigenen Sorgen oder Herausforderungen zu kämpfen hat, die den Mangel an Kommunikation erklären könnten. Wenn du dir zu viele Sorgen machst, werden deine negativen Emotionen nur noch verstärkt, also versuche, eine ausgewogene Perspektive zu wahren. Die aktuellen Planetenaspekte können dazu führen, dass du dich extrem ruhelos und überreizt fühlst. Du könntest ein starkes Bedürfnis verspüren, inmitten des Chaos einen stabilen und bequemen Platz in dir selbst zu finden. Nimm dir morgens und abends jeweils 10 Minuten Zeit für tiefe Atem- und Dehnungsübungen auf dem Boden. Du wirst sofort eine beruhigende Wirkung spüren. Es ist wichtig, daran zu denken, dass der Zustand, in dem du dich befindest, nicht über Nacht entstanden ist, also habe Geduld mit dir, während du neue erholsame Gewohnheiten kultivierst. Es kann etwa eine Woche dauern, bis du deutliche Ergebnisse bemerkst, aber sei dir sicher, dass du die Mühe wert bist. Wenn es dir schwerfällt, der Selbstfürsorge um deinetwillen Priorität einzuräumen, denke daran, dass dein emotionaler und mentaler Zustand auch Auswirkungen auf deine Mitmenschen hat. Auch wenn harte Arbeit nicht zu deinen natürlichen Neigungen gehört, musst du heute die Ärmel hochkrempeln und dich an die Arbeit machen. Während du oft das Bild eines sorglosen und verspielten Menschen verkörperst, der mühelos das Unmögliche erreicht, ist heute eine andere Herangehensweise gefragt. Es ist an der Zeit, dich zu konzentrieren und dich den anstehenden Aufgaben zu widmen, indem du die nötige Anstrengung und Ausdauer aufbringst, um deine Ziele zu erreichen. Der aktuelle kosmische Einfluss bietet dir die Möglichkeit, jemanden, der dir nahe steht, in einem neuen Licht zu sehen. Dazu musst du allerdings deine bisherige Sichtweise anpassen und alle Illusionen loslassen, die du über diese Person hattest. Dieser Prozess kann zwar zunächst eine gewisse Distanz schaffen, bietet aber auch die Möglichkeit, eine tiefere Verbindung aufzubauen. Wenn du dich auf offene und ehrliche Gespräche einlässt, kannst du wieder eine gemeinsame Basis finden und eine stärkere Bindung aufbauen. Mach dich auf eine aufregende Enthüllung gefasst, die gleich um die Ecke wartet und eine herrliche Dosis Erstaunen in dein tägliches Leben bringt. Bereite dich darauf vor, von einer unerwarteten Wendung überrascht zu werden, die sich in naher Zukunft manifestieren könnte. Stell dir vor, du wachst auf und entdeckst eine wunderbare Überraschung, als würdest du einen verborgenen Schatz aus den Tiefen des Universums heben. Dieses unvorhergesehene Ereignis hat das Potenzial, große Freude, Inspiration oder sogar glückliche Begegnungen zu bringen, die den Verlauf deines Tages tiefgreifend verändern können oder vielleicht sogar dein Schicksal bestimmen. Die Ausrichtung von Merkur und Mars mit den Schicksalsknoten unterstreicht die Bedeutung von Entscheidungen in Beziehungen, Freundschaften und Geschäftsangelegenheiten. Heute bietet sich eine günstige Gelegenheit, Geld zu investieren, denn das birgt das Potenzial für beträchtliche Renditen und Dividenden. Außerdem kann es sich als fruchtbar erweisen, auf Menschen zuzugehen, mit denen du schon lange nicht mehr gesprochen hast, und ihnen neue Möglichkeiten und Verbindungen zu eröffnen. Wenn du derzeit Single bist, achte auf die Menschen, denen du heute begegnest oder mit denen du dich unterhältst, denn sie können eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung deiner Zukunft spielen. Nimm eine positive Einstellung an, gehe jede Interaktion mit Optimismus an und begrüße das Potenzial für Wachstum und Positives in allen Aspekten deines Lebens. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die zwei Karten, die heute gezogen wurden, sind die Gerechtigkeit und die Neun der Schwerter. Die Gerechtigkeit steht für Fairness, Ausgewogenheit und das Streben nach Wahrheit. Sie deutet darauf hin, dass du dich heute in einer Situation befinden könntest, in der Gerechtigkeit und Fairness wichtige Faktoren sind. Diese Karte steht für eine Zeit der Verantwortlichkeit, der Integrität und der Notwendigkeit, unvoreingenommene Entscheidungen zu treffen. Die Gerechtigkeitskarte ermutigt dich, Klarheit und Wahrheit in deinen Handlungen und Interaktionen zu suchen. Sie erinnert dich daran, die Konsequenzen deiner Entscheidungen zu bedenken und in allen Aspekten deines Lebens nach Fairness zu streben. Diese Karte lädt dich dazu ein, deine Werte hochzuhalten und mit Integrität zu handeln, in dem Wissen, dass sich Ausgewogenheit und Gerechtigkeit durchsetzen werden. Neben der Gerechtigkeitskarte haben wir die Neun der Schwerter. Diese Karte steht für Ängste, Sorgen und schlaflause Nächte. Sie steht für eine Zeit der seelischen Not, des Überdenkens und der Sorgen, die dich vielleicht nachts wachhalten. Die Neun der Schwerter fordert dich auf, die Ängste, die dich belasten, anzuerkennen und anzusprechen. Sie erinnert dich daran, dass du mit deinen Ängsten und Sorgen nur den Kreislauf des Leidens aufrechterhalten kannst. Diese Karte bedeutet, dass du mit dir selbst Mitgefühl haben musst, dass du einen gesunden Umgang mit Stress finden musst und dass du dir bei Bedarf Unterstützung suchst. Die Gerechtigkeitskarte und die Neun der Schwerter bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die Gerechtigkeitskarte hebt die Bedeutung von Fairness und Integrität hervor, während die Neun der Schwerter die Aufmerksamkeit auf Ängste und Sorgen lenkt. Mach dir heute die Energie der Gerechtigkeitskarte zu eigen, indem du dich um Fairness und Ausgewogenheit in deinem Handeln bemühst. Triff Entscheidungen auf der Grundlage von Integrität und bedenke die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Strebe nach Fairness in deinen Interaktionen und halte deine Werte aufrecht. Wende dich gleichzeitig an die Energie der Neun der Schwerter, indem du dir deine Ängste und Sorgen eingestehst. Übe dich in Selbstmitgefühl und finde gesunde Wege, um mit Stress umzugehen. Suche dir Unterstützung von vertrauten Personen, die dich beraten und beruhigen können. Dies ist ein Tag, an dem es darum geht, nach Gerechtigkeit zu streben, das Gleichgewicht zu halten und Ängste zu bewältigen. Mach dir die Energie der Gerechtigkeitskarte zu eigen, indem du fair und integer handelst. Nutze die transformativen Qualitäten der Neun der Schwerter, wenn du dich mit deinen Sorgen auseinandersetzt und gesündere Perspektiven suchst. Denke daran, Entscheidungen mit Bedacht zu treffen und dich um Fairness und Ausgewogenheit zu bemühen. Ergreife proaktiv Maßnahmen, um deine Ängste anzugehen und zu bewältigen, und hole dir bei Bedarf Unterstützung. Wenn du die Qualitäten der Gerechtigkeitskarte und der Neun der Schwerter kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Fairness, innerem Frieden und der Fähigkeit, deine Sorgen mit Anmut zu bewältigen, bewältigen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Links findest du eine Schlafhypnose für schnelleres und sanfteres Einschlafen. Rechts findest du dein aktuelles Wochenhoroskop. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Bis bald!